Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Ich danke Sie ganz herzlich, auch alle Teilnehmer dieser wunderbaren Veranstaltung. Es ist schade, dass ich nicht mit dabei sein kann. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie gemeinsam etwas schaffen, was eigentlich ja nur ganz selten gelingt, dass Sie einander begegnen. Und sobald Menschen anfangen, einander offen und in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit zu begegnen, dann ist eigentlich immer so etwas wie ein Wunder, was sich dann auftut. Weil dann merkt man plötzlich, dann kann man frei werden und dann kann man miteinander in einen ko-kreativen Prozess treten. Und plötzlich hat man Ideen und auf einmal tauscht man das aus. Und am Ende kommt sogar noch etwas dabei heraus. Und das setzt man dann auch noch gemeinsam um. Tickets. Jetzt über Ü-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Dein Talent ist gebraucht. Untertitelung. BR 2018